Hallo, herzlich willkommen! Wir zocken mal wieder gemeinsam und zwar diesmal Final Fantasy Typ HD 0. Typ 0 HD. Wie schnell man das ganze doch durcheinander bringt. Lustig. Ähm, ja. Es ist heute der 14.03. Genau 21.59 Uhr. Bedeutet, ich hab das Spiel diesmal glücklicherweise deutlich früher. Bedeutet, ich hab so eine gewisse Vorlaufzeit. Das Let's Play darf ich erst am 20. hochladen. Bedeutet, wenn ihr das seht, ist das für mich schon wieder kalter Kaffee. Aber umso besser. Ich werd mal versuchen, Let's Play komplett durchzuziehen. Mal gucken, wie weit ich komme und wie sehr mich dieses Spiel begeistert. Äh, ja. So. Aber bevor ich das jetzt hier totlabere, erstmal gucken, ne. Ich bin jetzt hier irgendwie am einstellen. Ja, diese Einstellung möchte ich gerne speichern. Das ist doch schon mal gut. So. Scheint gespeichert. Dieses Spiel speichert automatisch am Blablabla-Stellen. Kennt man alles. Wunderbar. Den Test dazu darf ich am 16. veröffentlichen. Bedeutet, wenn ihr das seht, um 15 Uhr, ähm, dann, äh, ist der Test auch schon online. Boah. So viel. Wir findet ihr dann auf xbox-one.de und auf ps4f.de. Zu Beginn der Ewigkeit entflammten vier Lichter der Hoffnung. Die Menschen sammelten sich um sie und erbauten vier Parästilien oder so. Schöne Musik. Oh. Das ist ja wirklich schön. Der Feuervogel. Der Feuervogel. Lohende Schwingen. Die das Herz. Der Blablabla. Scheiße, das war zu schnell. Der blablabla. Die blablabla. Die blablabla. Die blablabla. Atmosphärisch ist das schon mal wirklich sehr ansprechend. Hoffentlich nimmt es so die alten Bahnen ein. Vom Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Das wäre wirklich wünschenswert. Der schwarze Tortoise. Ein rücktes Schild und ein gut geplantes Blad. Aber wenn die neige und neige und neige sind, Tempest Phänus wird auf dich verletzt werden. Denn ohne die Argeter, ihre Welt, der sogenannte Aureans, muss persist in its Spiral. Schönes Intro. So, schauen wir mal, ne? 12. Wassermond, 842 Eil. Was heißt Eil? Keine Ahnung. Wie wir sehen, das Queer-Enix hat man wieder nicht in eine deutsche Sprache investiert. Schade. Das ist der Tag der neuen Wälder. Naja, immerhin gibt es Untertitel. Die Militessi-Main-Fleet schwärmed into all corners of Rubrum. At the same time, a separate fleet was charged with a sneak attack on the Vermilion Peristilium. A Lassie accompanied this task force. Using a Lassie to invade a sovereign state was a direct violation of the Pax Codex. A treaty created by all four crystal states of Orients. The besieged Peristilium attempted to repel Militessi's Magitek armors with powerful magic. Not even the mighty warships could withstand the awesome power of the summoned Eidolans. It seemed that the Militessi offensive would fail. However, the Lassie-Kunmi led a special unit past Rubrum's defenses and activated a new weapon, the Crystal Jammer. Neutralizing the power of the Vermilion Bird Crystal. Severed from the source of their magical powers, the Rubrum forces were quickly overwhelmed and overrun. Imperial Marshal Sid Holstein demanded of Chancellor Kavir Shival VI, the leader of Rubrum, that he surrendered and transferred the Vermilion Bird Crystal to Militessi control. Your crystal cannot protect you. Resistance is no longer an option. You have six eyes. You must comply with our demands or face the full might of our forces. In which case, I promise you, the roads of Rubrum will run red with the blood of her people. Let me get away. 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 May the crystal... ...guide them to salvation. ...guide them to salvation. ...guide them to salvation. Let me get away. Let me get away. Let me get away. Let me get away. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn 9, 9, 8, 9, the depths of reason shall stir. When the seal of creation is broken, a voice like thunder shall sound. And thou shalt know. We have arrived. We have arrived. Wir sind im Menü. Einstellung. Gibt es noch irgendwas einzustellen? Nein, gibt es nicht. Dann können wir ja gleich loslegen. Was ist denn eigentlich Mission? Spielstang konnte nicht gefunden werden. Na gut. Dann ist das gerade nicht wichtig und wir beginnen ein neues Spiel. Wir spielen auf einfach. Ja. Wir möchten gut vorankommen. Wir möchten die Story erleben und Herausforderungen können wir immer noch suchen. Wenn es uns zu einfach wird, vielleicht kann man ja noch irgendwas einstellen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Rahmen der Wahrnehmung, dass es nicht geht. Ist auch egal. Drei Stunden, die die Welt veränderten. Wer hätte das gedacht? Und da sehen wir das erste Mal die In-Game-Engine. Was eigentlich ganz ordentlich aussieht, wenn man daran denkt, dass das ganze Spiel von der PSP stammt. Ja. Von der PSP. Noch nicht mal von der PS Vita, sondern von der PSP. Das kam damals nicht in den Westen, haben sich aber viele irgendwie gewünscht. Jetzt hat uns Square Enix diesen Wunsch erfüllt. Allerdings nur auf Next-Gang-Konsolen. PlayStation 4, Xbox One, dafür könnt ihr das Spiel bekommen. Und das hier ist der Start. Wie immer gilt, ich habe das Spiel vorab nicht gezockt, auch damals nicht auf der PSP. Und ich bin quasi blutiger Anfänger. Da ich aber nicht ganz neu in dem Final Fantasy-Universum bin, hoffe ich einfach mal, dass ich hier schnell reinkomme. Aber das werden wir gleich alles sehen. Was ist denn da los? Okay. Ganz schön düster für ein kleines Fantasy-Spiel. Sehr düster. Ein Schokobo. Schokobo sind toll, die mocht dich schon immer. Schi-Shi-Ri. Ein toller Name. Ganz schön verzweifelt. Okay. Stay with me. These are coming. My eyes. Was ist denn mit seinen Augen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und wer ist Ace? Fragen über Fragen. Zu Beginn dieses Spiels. Es knallt. Es knallt. Es knallt. Nein! Der Schokobo. Och nö. Wie können die nur, die Schweine? Ich bin hier. Ich bin gerade hier. Ich weiß, ich könnte... Ich bin gerade auf dich. Zu dir. Ich bin ein wenig. Ein Zeitpunkt. Ich habe immer... gedacht, dass... Dein Name war so witzig. Ich sage dir... Machina müsste... ...hier aus dem Hack getrunken. Jetzt wird's wieder japanisch. Typisch Final Fantasy. 11.39 Uhr. Was denkst du, Frau? Ist das das Ende? Machina... Wie immer spart man nicht an Zwischensequenzen. Rem. Ich... ...wollte dich wiedersehen. D.J. Ich bin froh... ... dass du hier bist... ... mit mir. Jetzt... Nein... ... ich nicht... ... ich nicht... ... ich möchte ... ... sterben. Oh, 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 oh. Ohne mich, ne? Ich habe eine externe Karte. Ah, deswegen. Ich verstehe, die Musik ist das Problem. Was mache ich denn da? Ich muss mal den Ton ausstellen. Tja, das könnt ihr nun nicht hören. Das tut mir echt leid, aber ich darf die Musik nicht veröffentlichen. Das ist immer ein großes Problem. Ein großes Problem. Hier müsst ihr also mal ein wenig ohne Musik auskommen. Final Fantasy Typ 0 HD Die haben schon wirklich ziemlich viel aus der alten Engine rausgeholt. Ist doch immer wieder beeindruckend, was die da so alles auf die Beine stellen. Die Frage ist, ob man das überspringen kann. Ja, man kann es überspringen. Ich werde verrückt. Deswegen, das wird dann wahrscheinlich für euch ein bisschen zu langweilig sein. So. Alles klar. Ich hoffe, dass diese kleine Szene mir nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Ansonsten muss ich das nämlich noch hinterher schneiden. Naja, gut. Ich glaube, jetzt können wir gleich spielen. Das wird also jetzt wirklich die richtige Spielgrafik sein. Denke ich. Aber ja, sieht schon so aus, ne. Hat nochmal ein bisschen nachgelassen hier. Die Qualität. So. Okay. Operationsbeginn. Alle Kampfmitglieder wurden mit einer Phönixkette ausgerüstet. Dieses Accessory gewährt den Status Schutzengel. Eine positive Zustandsveränderung, durch den Kampfmitglieder automatisch wiederbelebt werden, wenn ihre TP auf Null fallen. Äh, Tutorium während der Mission einblenden. Ja, mach mal. Ich kenne das ja alles noch nicht. Verwegt den Gruppenanführer. Ja gut, okay. Das sind so Sachen, die kann man sich denken. Alles klar. So. Die Steuerung. Ja. Das ist halt so typisch feine Fantasy, ne. Nicht die besten Animationen irgendwie. Alles so, so, so ruckartig. Naja gut. Okay. Das kennt man alles auch ein bisschen besser. Crystal Jammer. So. Waffen ziehen und angreifen. Deine Charakter erleidet mehr Schaden, wenn er angegriffen wird, ohne dass er seine Waffen gezogen hat. Wie ziehe ich denn Waffen? Ne, so ziele ich. Ne, das war jetzt irgendwas anderes. Ach so, ich kämpfe schon. Ah. Okay. Na, so ganz verstehe ich es noch nicht. Aber anscheinend gibt es hier so eine Art Echtzeit-Kampfsystem oder so. Mit E1 kannst du besiegte Gegner anvisieren, um dann mit Viereck ihre Animale zu entziehen. Okay, Animale ist wahrscheinlich sowas wie Magie oder so vielleicht. Beim Sammeln von einem Jahr wird eine geringe Menge an MP geheilt. Ah ja. Ein Körper, dem die Animale entzogen wird, detoniert zu dem, was umstehende Feinden großen Schaden zufügt. Alles klar. Das sollte man eventuell wissen. Ach so, warte mal. Wir wollten ja entziehen. Ach ne, stopp. Ich muss ja erst R1 drücken. So, R1. So, und jetzt? Ah, ich hab's gemacht. Okay. Das hat geklappt. Aber das muss man sich alles hier merken. So, springen kann man übrigens nicht. Vielen ist sowas ja wichtig. Mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Wobei es auch manchmal ganz angenehm ist irgendwie. So, vor sich hinzuspringen. Energiewelle. Energiewelle lassen sich durch das Erfüllen bestimmter Bedingungen niederreißen. Dies kann zum Beispiel durch das Besiegen eines Anführers oder eines... Oder das Sammeln von Animal geschehen. Alles klar. Mit R1 kannst du ein Ziel amüsieren. Die Kamera wird dann auf das Ziel ausgerichtet. Bewege R nach links, nach rechts, nach oben, bla 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 bla. Und das Ziel zu wechseln. Bewege nach oben. Okay, alles klar. Das TP des Charakters regenerieren sich allmählich, wenn er still steht. Tipp, bei nicht bezogener Waffe regenerieren sich die TP schneller. Waffen lassen sich mit R1 wegstecken. Okay. Ja, du, komm schon. Greif an. Ah, das muss man aber hier auch erstmal, ne? Karteneinsatz. Ah. Jeder Charakter kann hier quasi was anderes oder so. So, und ich hab schon einen Stufenaufstieg. Okay. Ist alles so ein bisschen auf Echtzeit getrimmt hier. Das hat nichts mehr mit diesen rundenbasierten Kämpfen zu tun. Ich meine, kennt man ja schon so ein bisschen aus den letzten Fällen der Fantasy-Teilen. Da haben sie immer mehr Abstand davon genommen. Leider. Ich fand die rundenbasierten Kämpfe eigentlich gar nicht so schlecht. Greife einen anvisierten Feind mit dem gelben Symbol über den Kopf an. Um ihm mit kritischen Schaden, äh, um ihm mit kritischen Schaden zuzufügen. Kritikalität. Ein Gegner mit einem roten Symbol kann mit einem Schlag vernichtet werden. Verhängen ist. Alles klar. Das sind so Dinge, die liefst man zwar, aber ob das dann gleich beim ersten Mal 17 bleibt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Achso, warte mal. So, dann macht man hier das und auf. So, entziehen wir seine Animae. Animae. Gott, oh Gott. Der Anführer einer gegnerischen Gruppe ist mit einem besonderen Symbol markiert. Besiege ihn, um den Kampf sofort für dich zu entscheiden. Alles klar. Jo, komm her. Ich besiege dich. Oder auch nicht. Sieg. Wer hätte das gedacht. Alle übrigen Soldaten ergeben sich sofort, sobald ihr Anführer besiegt wurde. Interagiere mit ihm mit X, um sie nach Gegenständen zu durchsuchen. Alles klar. Jo, mach mal. Gut. Nee, wir wollen dich durchsuchen. Mal gemacht. Jo. Drücke die entsprechende Taste, um ein Angriffsmagie wie Iceboom, Blitz-FLT oder Feuer-GWR auszulösen. Je nach Magie kann die Wirkung verstärkt werden, indem du eine Taste vorher länger gedrückt hältst. Der Einsatz von Magie verbraucht DP. Ach was. Okay. Aber der springt da irgendwie nicht hin. Das verstehe ich noch nicht. Ist das ein Nahkampfangriff oder was? Hm. So ganz habe ich es noch nicht aus. Oh. Hm. Im Laufe des Spiels lassen sich verschiedene Fertigkeiten freischalten. Nee, Einsatz leert deinen AB-Aktionsbalken. Der Balken füllt sich, indem du Gegner Schaden zufügst. Oh Gott, ey. Das ist mir ja hier am Anfang echt zu viel. Mit. Das geht so, das geht so, das geht so und das geht so. Und wir erklären dir die halbe Welt. Und am Ende weißt du sowieso nichts, weil es einfach zu viel war. Naja. Gut. Okay. Kamerasteuerung fällt mir jetzt auch noch nicht so gut. Weil irgendwie dadurch, dass das alles hier so ruckartig ist, äh, lässt sich die nicht so toll ausrichten. Naja. Gut. Viel Kritik. Und es kommt etwas Großes. Was bist du? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich bin gleich tot. Jo, jetzt bin ich tot. Das ist bestimmt später der Boss, den man irgendwie betöten muss oder so. Und jetzt macht er uns erstmal fertig, weil wir hier so voll Nubi sind. Oder sowas in der Art. Ich kann ihm aber auch überhaupt keinen Schaden zufügen. Vielleicht müssen wir da irgendwo hin oder so. Ich sehe aber auch gar nichts. Nö, ich kann hier nicht raus. Musst wir uns hier jetzt einfach fertig machen oder was? Hm. Mysteriös. Verstehe ich noch nicht. Es ist ein Kommen. Ja, ich glaube eher, wir sind ein Kommen. So wie ich das gerade irgendwie festgestellt habe. So, was ist das? Hm. Okay. Gut. Weiter geht's, ne? Feindliche Streitkräfte gesichtet. Bereit zum Kampf. Aber immer doch. Ach, wir müssen näher dran. Das hier ist alles irgendwie... Ja, nicht so ganz westlich, ne? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich glaube, Square Enix wäre besser damit beraten. Einfach die rundenbasierten Kämpfe zurückzuholen. Das hatten die nämlich wirklich raus. Und das hat auch irgendwie am Ende eine taktische Logik. Bei diesem ganzen Action-Spektakel hier, das mag ja eigentlich so, ich sag mal, für den üblichen Spielern eine ganz nette Geschichte sein, dass man da mehr interagiert und so weiter. Aber am Ende geht das echter Frusten des Spieltiefgangs. Ich weiß nicht. Also ich bin davon jetzt nicht so der Freund. Ich darf noch nicht weiter, ich werde verrückt. Wo ist denn hier was? Da. Guckt mal. Gut, dann hauen wir den so weg. Stufe 8 erreicht, ist klar. So, den hole ich jetzt auch weg. Wenn ich ihn dann treffe. Das mit dem Treffen, das ist nicht immer nur eine ganz einfache Geschichte. So, Sieg. Jo, und jetzt so wieder im Hintergrund. Ist ja verrückt. Pikachu. Nein. Pikachu, muss ich dir da hinkommen? Der Gegenangriff traf das Imperium unvorbereitet und das Blatt schien sich... Oh, das war zu schnell. Okay, doch drei Stunden nach Beginn der Operation hatten viele Staffeln das Rubber-Luftschiff-Geschwader. Jetzt hier, bla bla, oh, das ist mir zu kompliziert hier. Wir sollten sowas so schnell lesen. Genau. Mit dieser, mit ihrer mächtigen Waffe, der Magie beraubt. Noch der, ach so, scheiße. Bezeichnet der Rubber-Infaktor schwerer Verluste. Ich kann nicht, ich nicht lesen, ne? Ich nicht lesen können. Mein Gott. Klasse 0, können Sie mich hören? Nachrichtendienst, Al, hier, hier. Wir haben neue Manipulatoren geortet, ist klar. Oh, guckt mal, jetzt kann ich wahrscheinlich hier upgraden oder so. Aufstellung. Ne, da kann ich ja noch nicht so großartig viel machen, ne? Ausrüstung, Aufwertung, Fertigkeiten. Ich hatte doch eben schon ein Upgrade hier. Kombo-Stärkung. Manipulationseinsatz, Energieeinsatz, Heilsatz. Heilen ist immer gut. Ja, bitte. Ich möchte heilen können. So, gut. Äh, nee, scheiße. Warte mal. Kartensatz, nee. Wie bin ich denn da rüber gekommen? Ach so. Eisboom-Spielkarten. Defensive one. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich hier mache. Ich kann hier irgendwie Fertigkeiten auswählen, aber... Naja. Kann ich dann irgendwo rein tun und, äh, ja. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich mache einfach mal. Ach, scheiße. Vielleicht wäre Speicher eine Idee. Das macht man hier nicht automatisch, so wie es aussieht. Alles klar. Neuer Spielstand. Wird gespeichert. Puh, so. Mein Gott, ey. Schon wieder viel zu spät hier. Gut. So, ich wurde anscheinend geheilt. Und wohin geht's jetzt? Wer seid ihr? Ich kann nicht interagieren. Aber ich kann sie rumschieben. Guckt mal. Das ist ja so schlecht. Ne? Hey. Hey. Guckt mal. Ah, lustig. Oh, das ist ja ein Drache. Hallo, Drache. Sind wir Freunde? Ich möchte dein Freund sein. Hm. Darf ich anscheinend nicht. Ich hab das schon gespeichert. Ach, warte mal. Hier, da ist doch ein Pfeil. Ein Pfeil zeigt mir anscheinend, wo ich hin muss. Das ist schon mal gut. Blocken und Defensivmagie. Bleib stehen und halte Kreis gedrückt, um der Taste zu geordnete Defensivkommander auszuführen. Hat den Charakter Blocken ausgerüstet, halte Kreis gedrückt, um Angriffe abzuwehren. Wer hat sich die Aktionsbalken, Defensivmagie, bla, 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 bla. Alles klar. So. Du bist auch dran. Ihr seid alle dran, ne? Würde ich sagen. Oh, warte mal hier. So. Genau. So. Die MP geklaut. Das ist schön. Oh, der schießt mich immer noch hier, äh, ab. Nö, da kann ich nicht mehr interagieren, anscheinend. Ich verstehe noch nicht so ganz, äh, immer die Questgebung irgendwie. Aber naja, gut, okay. Man sollte sich wahrscheinlich einfach an die Karte richten. Eliminate sie und board that ship. Und dann halt einfach immer irgendwie druf, druf, druf. Au. So, okay. Das ist aber ein großes Vieh, ey. Ja. So, immer druf da. Gut. Jetzt bist du dran, Großer. Würde ich sagen. Ja, komm schon. Oh, die Kamera, ne? Die, die bringt mich hier noch um. Die verzieht sich die ganze Zeit. Wie kann man denn so eine Kamera hier einbauen? Das muss alles ein bisschen flüssiger sein. Ich glaub, die Jungs von Square Enix brauchen nochmal Nachhilfe. Wie baut man eine coole Kamera, die den Spielern am Ende auch Spaß macht? Das ist echt noch ein großes Problem. Aber naja, gut, der Typ, der geht gut runter, ne? Ist jetzt nicht nur das große Problem. Irgendwie treffe ich mich mit diesem Eiskram nicht. Ich werd verrückt. Wieso nicht? Naja, gut. Okay. Äh. Ja. Hm. Ja, ich verstehe das alles mit diesen ganzen Angriffen hier noch nicht. Naja, gut. So, wir fahren irgendwo nach oben. Jetzt haben wir mal eine kleine Aussicht hier. Guckt mal. Ja gut, da sieht man jetzt natürlich, dass das Ganze echt ein altes Spiel ist, ne? Das sieht ganz schön scheiße aus. Aber naja, gut. Okay. Oh, da kommen die Nächsten. Da wird man ja verrückt in der Bude hier. Quasi Dauergeballer. Ne, du kusschut hier. Mit meinen Superkarten. Attacken. Super Ding. Boom, bang. Ja, los. Komm schon. Stirb. Boah. Haut der mich hier. Mein Gott. Was ist das denn? Ich komm hier nicht weg. Will der mich verarschen? Mein Gott, ey. So, aber wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft. Okay, so. Wir sind geheilt. Also, das Ganze ist ganz schön schlauchig, ne? Das wird euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein. Offene Welt ist hier nicht. Aber gut, das wird sich ja jetzt mit Final Fantasy 15 ändern. Die Final Fantasy 15 Demo habe ich übrigens auch. Ne? Werde ich natürlich auch ausführlich zeigen. Gar keine Frage. Geh mal mit einer komischen großen Knarre da weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist unfair. So. Nimm mal drauf. Oh, die Kamera. Ich werde verrückt. Ach, am besten drückt man hier einfach mal irgendwas, ne? Was anderes macht hier sowieso nicht so viel Sinn. So. Jetzt bist du da oben dran, du. Mit deinem komischen Raketenwerferding da. Zum Glück ist das Spiel ganz einfach, wenn man es auf einfach stellt. Ich glaube, alles andere würde keinen richtigen Spaß machen, weil einfach das Spieldesign voll für den Arsch ist. Diese Kamera, ey. Es geht gar nicht. Da ärgere ich mich drüber. Vielleicht könnte man hier sogar halbwegs taktische Sachen hinbekommen. Wenn die Steuerung vernünftig funktionieren würde. Aber irgendwie will sie das nicht. Oh, was vermisse ich meine alten rundenbasierten Kämpfe. Ne? Wie im Final Fantasy 7 und 8. Das war so toll. Oh, jetzt kommen die schon wieder mit ihrem Scheiß da. Willst du mich eigentlich verarschen, ey? Mein Gott. Was ist denn das jetzt schon wieder? Irgendwo ist hier schon wieder was Großes. Jo, ist klar. Gehst du wohl weg. Ich müsste eigentlich, glaube ich, Defensiv-Skills anwenden. Aber guckt mal, jetzt habe ich das mit den Eis gemacht. Muss ich machen, wenn die zu nah an mich rankommen. Ich verstehe. Gut, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Zeit zum Rückzug. Wir haben anscheinend so etwas wie eine Bombe oder so platziert. Alles klar. Oder ausgeführt. Wir werden sie alle vernichten. Oder so. Meine Güte. Da ist schon wieder so ein großes Vieh hier. Boah. Das haut aber ganz schön geil, ey. Mach mal halblang. Weg hier. Boah. Ich brauche Heilung. Jungs. Mädels. Verlasst mich nicht. Mein Gott, ey. Knappe Geschichte. Da war ich fast tot. Wer hätte das gedacht? Alles klar. Hier geht die Post ab, ne? Wer ist das? Rem. Eine kleine japanische Dame oder so. Wobei, wie komme ich eigentlich auf japanisch? Eigentlich ist das ja mehr so ein bisschen westlich angesiedelt. Denke ich. Bäm, 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 yeah. Mach alles kaputt. Hahaha. Jut. 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 So, hier darf man wieder speichern. Das kennen wir ja noch von eben, ne? Auf zum zweiten Speicherstand. Jut. Und, once you find the target. Was hat's eigentlich hier mit diesen Drachen auf sich? Wird das Geheimnis noch lösen? Hoh. Er geht weg. Boah. Mächtig. Verrückt. Absolut verrückt. Schon wieder ein neuer Charakter. Wetten, das ist so einer der Oberbösewichte. Die Musik wird düster. Es ist alles so feine Fantasy. Nur meine rundenbasierten Kämpfe sind nicht da. Und das ärgert mich ein wenig. Naja, gut. Was macht der da? Der macht die ganze Zeit dieselben Bewegungen. Ja, Sir. My understanding is that after witnessing this, you fled from the battle. Then your unit was annihilated. Is that correct? Yes. I felt it was my duty to report- In the Militesi Army, we do not tolerate soldiers who flee from their fear. The 161st Company was wiped out by Dominion Magic. Clean us up. Ein böser Junge. Dieser Quartor-Bastard. Oder so. So ein Dreck. Richtig. Wer bist du? Recycling 2.0. So ein verdammter Dreck. Hm. Das müssen wir die schon wieder kaputt machen, oder was? Das finde ich aber uncool. Na gut. Boah. Warte mal hier. Wie war das nochmal mit den Defensiv-Skills oder so? Boah. Wie soll man das denn sehen, dass man angegriffen wird? Mit dieser Kamera. Dass man da mal ausweichen könnte. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Meiner Meinung nach. Aber naja, gut. Boah. Renn weg. Greif an. Gut. Der erste wäre tot. Trimme der nächste. Okay. Der nächste Sieg. Yeah. So. Da hätten wir wieder die MP. Das Ganze wiederholt sich hier ganz schön, ne? Irgendwie. Ob da auch nochmal was anderes kommt. Einige Redetten befinden sich noch in der Kampfarena. Äh. Schon wieder so schnell weg. Ich werde verrückt. Sieh schon. Das ist so eine obermächtige Oberschlampe. Sorry für den Ausdruck. Die macht so Bäm, 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 Bäm und dann ist Bäm. Oh, das tut mir leid. Die gleiche alte Routine. Töne etwas Neues. Oh, die fühlt sich ganz stark. Kommt da mit ihren komischen grünen Grütze. Und puncht die alle weg. Verrückt. Oh, jetzt geht sie weg und lässt uns gegen irgend so ein Nulltraboss angräten oder so. Fangen wir doch einfach mal. Oh, da war Blut. Wer hat sich das gedacht? Oh, wir haben ihn getroffen. Oh, was ist das? Oh, Gott. Eine Beschwörung. Wie hieß der nochmal? Äh. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Schreibt sie in die Kommentare. Ein S-Ball. Oh, jetzt darf ich als S-Bug kämpfen. Okay. Mondspalter. Flächenangriff. Kabularist. Odin drängt vorwärts. Ach, der war. Odin. Jetzt habe ich es. Satz. Äh. Sleipnir. Weicht Sprintangriff. Äh. Ach so. Weicht Sprintangriffen aus. Tödlicher Angriff. Zum Aufladen gedrückt halten. Alles klar. Wow. Das macht mal Schaden, ne? Ich werde verrückt. Wer bist du? Dieses ganze hin und her gespringen ist ja soweit erstmal okay, ne? Aber finde ich, dass die Kamera so doof ist. Naja. Weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Oh, mein Gott, demon! No! Hoppup! Do you know what a Z could do? Whoa! Oh, man. So, äh, ich weiß gar nicht, was ich hier so richtig tue. Ich meine, klar, ich mache irgendwelche Spezialangriffe und so, aber so wirklich taktisch ist das hier überhaupt nicht. Ich bin irgendwie ein wenig enttäuscht. Ich habe mir mehr erhofft. Naja, kann man nichts machen, ne? So, jetzt geht es auf die Fresse. Guckt mal, wie doof das aussieht. Ich stehe jetzt einfach hier und kann einfach auf ihn draufschlagen. Wieso? Ist das Buggy? Könnte durchaus sein, ne? Der bewegt sich nicht. Ich werde verrückt. Hä, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Achso, warte mal. Ah, ich verstehe. Jetzt musste ich hier wieder die R1-Taste drücken, um das quasi zu Ende zu machen. Also quasi so dem Finisher. Jetzt geht's weiter. Deine Kampfmitglieder haben gewechselt. Achso. Na dann. Wenn das einfach mal so passiert, alles klar. Boah. Da taut aber rein, du. Jo. Klasse. So quasi Instant-Tod. Äh, ja. Kann ich auch wiederbeleben? Nee. Hä, wie soll denn das funktionieren, bitte? Jo, ist klar. Jo, ist klar. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Das haut viel zu krass rein. Und wieso bin ich jetzt zurück? Ich verstehe das nicht. Mein Gott. Jetzt darf ich wieder von hier aus anfangen? Äh. Ist doch sein Abfuck. Das ist ein richtiger Abfuck. Naja. Wir haben sowieso jetzt erstmal 50 Minuten. Dann nehme ich das jetzt mal als Folge 1. Folge 2 werde ich morgen oder so aufnehmen. Ähm. Ähm. In dieser Hinsicht. Bis zum nächsten Mal. Ähm. Vielen Dank.